Herzliches Willkommen bei Blacktree Gaming. Heute Valheim. Mit dabei der gebückte Phil. Hallöle. Der Junior, der aufrecht steht. Hallöle. Und wir gehen in Zinnwald zum Händler. Ab geht die Post. Fertig machen zum Beamen. Wir haben ein schönes vor. Wir haben ein schönes vor. Ja, wir gehen jetzt zum Händler. Wir gehen ganz gemütlich zum Händler. Der Junior macht die Türe zu. So, da ist er, der Händler. Hat ihn angepingt. Der Phil hat Bernstein Rubine und Bernstein Perlen dabei. Die wollen wir beim Händler verkaufen. Und dann gibt es beim Händler Gürtel, die wir kaufen wollen. Es gibt eine Stirnlampe, die wir kaufen wollen. Wenn die Kohle reicht. Wenn die Kohle reicht. Und was bringt der Gürtel eigentlich? Der Gürtel bringt, dass du 450 Kilogramm tragen kannst, anstatt 300. Finde ich gut. Ja, das finde ich auch ganz gut. Vielen. Schau mal, da hat schon mal jemand Kupfer abgebaut. Ah, schöner Gang. Das ist wohl wahr. Tja. Oh, die stillen. Die stillen. Packst du einen? Ich pack. Ich werde beschmissen. Ich werde beschmissen. Da ist der Händler. Phil wird mir von Rubin Bernstein und Bernstein Perle jeweils eins geben. Ich will einfach mal gucken. Gibt er jetzt mal mehr? Ja, 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 ja. Jetzt hat es der Junior. Junior. Fünfmal. Ja. Wie viel? Hier. Alles. Oder kannst du auch nur die Hälfte ist mir egal. Und Perle. Danke. Jetzt Junior noch der Rubin. Ja, Perle habe ich gekriegt. Danke. So. Sprechen wir mit dem Haldor. Verkaufen. Der Twegerreif ist die Lichtquelle. 620. Boah. Der Gürtel kostet 950. Warum hast du eine Gürtel jetzt? Ich zeh den gar nicht. Doch, beim Laden. Da steht er. 950. Sechs mal Bernstein bringt 30. Mir nicht. Oh, die Rubine bringt viel. Ja? Ja. Ja. Wie löschst du die ein? Rechts unten ist so eine Münze. Das kannst du verkaufen. Ja. Ja, wenn ich jetzt verkaufen mache, dann verkauft er das, was ich im Inventar drin habe. Oder was? Ja, aber nur Stückchenweise. Also musst du mehrfach klicken. Okay. Ich habe jetzt 1542 Münzen. Ich habe noch 300. Soll ich auch was verkaufen? Wenn du irgendwelche edlen Sachen hast, verkauf ja. Edelholz? Nein. Rubin, Bernstein oder Bernsteinperle? Der Button unten muss goldig sein, dieser. Eben kaufen. Ne, ich habe nichts. So Phil, jetzt kaufst du einmal den Gürtel. Gewährt dem Träger übermenschliche Stärke? Genau. Das ist er. Ja. Ja. Mir ging ein gigant. Ja. Ja. Hast du noch Geld? 800 und 200. Ne, das reicht jetzt gerade nicht für den zweiten Gürtel. Ja. Kurz. Ja gut. Wir werden das Zeug schon zusammenkriegen. Ja. Sieht aus wie so ein Bucks-Gürtel. Ja. Ich wollte ihn gerne hochheben. Gut. Gehen wir zurück Mädels. Ja. Also Phil ist jetzt unser Lastentier. Wir brauchen jetzt praktisch, ja 100 auf jeden Fall nochmal. Ja. Und dann, na gut, 1000 brauchen wir Bären. Bären. Schnappt er mir die einfach von der Schnauze weg. Okay. Lasch den Arsch. Ich glaube die Bären machen jetzt, äh, wie würdest du sagen, den Baumstamm nicht eckig. So ähnlich. Meine Bären liegt fett. Oh, hier. Kupfer. Herr Stein. Was denn? Denkt dran, nach Dieseln zu gucken, bitte. Keine. Da vorne pöbelt ein Troll bei unserer Hütte rum. Oh, super. Oh, fast keine Ausdauer. Ja, wenn du mit dem Bogen halt volle Kanülle. Na ja, und dann zu dritt. Ja. Mach schon mal gleich mal. 40 Schaden. Was? Ich hab 19 München. Yeah. Ah, da ist ja so eine Trollhöhle. Soll man da vielleicht mal rein? Da liegt doch bestimmt immer Geld rum. Ja. Bestimmt. Mann. Da sind Mädels. Raus. Der eine rennt einfach an mir durch. Ich hab grad gesehen. Ah, pfeilt mir ein Rücken. Sauber. In der Trollhöhle waren wir schon. Ja, vielleicht ist Geld ja wieder gekommen. Sehr cool. Wo soll ich noch Feuer aus, ja? Oder Ecktür? Ja. Ja. Mach Ecktür, ja? Fahrt. Mal kurz außen. Mach Ecktür, ja? Ja. Geh du. Der ist eh nicht da. So viel Glück. Trollinator. Nee, die Drecksau haben wir grad gekillt. Segel. So eh Segel. Mann, Mann, Mann. Great. Wir sagen, wir gehen heim. Und ähm. Ich würd sagen, wir checken die Sümpfe dort. Auf der anderen Seite, oder? Uralt Wald. Nach Krypten. Für Eisen. Ja. Zoom die, zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom, zoom. Finde ich schon ein üppiges Geld wieder in die Kisten? Jupp. Ja. Ja. Ja, vor allem besseres Zeugs. Das kann ja einer mal einpacken, dann kann er so verteilen. Genau. Ich mach das. Oh, ich hab Eisen dabei. Ah, ich weiß warum. Da stand vorher noch ne Ding. Ne Werkbank, die hab ich abgerissen. Ja. 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 Ähm. Geld. Wo Geld ist? Hier bei mir. Ganz hinten in der Ecke. 915. 950 Promo, gell? Ne, 950 Promo, gell? Ne, 950. 950. könnte man vielleicht die umhänge noch aufrüsten soll man nicht eher so man nicht eher ein wolfsteil machen das material aus ja die disteln habe ich jetzt beim pflanzen rei gemacht ja genau ich guck gerade ob der noch was machen kann genau machen was machen wir da giftwiderstand kohle kann man schnell jemand kohle besorgen bitte zehn stück bitte da können wir nicht ist schon fermentieren lassen das geht ja auch immer eine weile wenn der film nicht im weg steht so wie sie hast du fressen für alle eingepackt jetzt oder jetzt mache ich gerade ja soll ich dieser die sagt die ich jetzt noch hab hier wieder rein machen was für zahlen ich kann schon mal behalten wenn man dann los die fragezonne geht halt jetzt gerade unter ob man es nicht wartet beziehungsweise ich weiß nicht ist im sumpf bei nachtisch auch mehr los ich glaube schon wobei der ist immer dunkel das einfach mal probieren hinzugehen ab geht's hoch die tasen ab geht die fahrt also hier unten haben wir die ebene da gehen wir nicht hin also vor uns ist noch eine trollhöhle habe ich markiert wir müssten nach links gehen da ist sumpf soll man jetzt erst in die trollhöhle oder was machen wir sagen oder gehen wir erst in die trollhöhle genau wenn es dann in der zwischenzeit dunkel ist dann gehen wir einfach heim pennen in der runde und gut ist oder entschuldigung immer an die türen denken immer an die türen denken die man echte ja ja ich habe ich gehe soll ich mal reingucken ja komm guck rein guck rein da kannst du rausgucken ja das da der pup ist da dann geben wir metzeln oder ja hallo dann wollen sie auch noch echte von mir hau da einfach wieder ab du wirst lässt uns wieder allein copy und auf geht's ich habe ihn glaube ich gerade voll in die eier geschossen hast du kastriert ja super ich sammle einen gyni lasst als bitte den phil einsammeln ja weil er hat ja das der lasten ding so hier hinten bitte gucken hier habe ich schon zwei rubine aufgelesen hier ist ein dritter ah der junior denkt mit der hat eine fackel dabei der ist münzen sechsmal gut war nichts abbauen diese diese rechts links da nope haben wir schon mal probiert bären zellen was disteln ah ja perfekt super da waren wir unten ja wir gucken uns jetzt einfach um die sonne ist gleich weg dann gehen wir heim oh hier gibt es kupfer wie Sau ja da waren wir schon mal da wurden wir glaube ich mal stark angegriffen das können die jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sagen junior schön zusammenbleiben mhm komm bevor wir dann in den sumpf gehen müssen wir noch den giftwiderstand mitnehmen ja wegen der blobbies blobby blobby wolle ja hör mal auf hör mal auf hehehe sag nur was sagst du noch ich hab dich grad nicht verstanden ja ich sag nur ein sieg hm wir haben aber nur einmal gespielt oder ja ja klar von an mehr erinnere ich mich nicht oh was ist da vorne ach das ist der uralte das ist der uralte das ist der uralte ja ich hab schon wieder die disteln im blick oh die fliegen die fliegen in die luft wir fliegen die guck jetzt fallen sie rum hier vorne sind ganz viele disteln mitten in die disteln passt auf die ebenen kommen näher die moskitos kann man übrigens mit schild auch abwehren blocken ah ok man muss nur wissen wenn sie kommen hier ist auch ne höhle gehen wir mal in die höhle rein vielleicht liegt er wieder zurück äh oh der kommt grad her ich hab hier noch nen zwerg ja 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 jetzt gehts auch ne unter mittels ja er greift nicht an jetzt ist ein spawnpunkt ja aber wir greifen grad nen troll an junior weiß also rauf Holzfäller spielt auch äh Hammer ich geh in die höhle oh da ist noch einer kommt ihr oder da ja 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 oh der hat Brechtdurchfall Hört sich zumindest so an. Was brecht durchfallen? Junior, rein komm jetzt. Aha. So, er greift nicht an, Männer. Jo, wir sind da. In der Hinterkopf. Genickpick. Nicht lang schnacken, Pfeil in den Nacken. Genau. Und gut gemacht. Jawoll. Junior. Kaffee, kaffee. Fagel. Ja. Robine. Die gelben Pfeile, Pils. Gelben Pfeile, sag ich schon. Geste. Guckst du? Ja, hab ich alles. Perfekt. War viel drin? Ja, war gut fast drin. Können wir uns überlegen, ob wir doch nochmal zum Händler gehen, bevor wir ins Sumpf gehen? Ja. Da waren 24 Münzen drin. Ich hab jetzt auch schon wieder 6 Rubine hier. Ich hab 3 Rubine. Und 69 Münzen. So. Also der zweite Kürtel können wir uns locker holen. Jo. Da können wir eigentlich ordentlich mehr schleppen. Es reicht ja, wenn einer rüber geht kurz. Wir schlafen jetzt. Es ist jetzt Nacht. Oh, Schamansche. Schamani. Schamani. Schamani ist kein großes Problem mehr. Na, wenn du Pfeil und Bogen dabei hast, nicht, ne? Ne. Wirklich nicht. Also, geh mal zum Camp. Jo, komm. Hm? Ja. Oder auch. War nicht meine. Du, keine roten Auge hast? Das ist mir so klar. Oh. 3 Tvergis. Nein. Get coli. Die Stehen. Gut. Auch nicht. Für die Stehen. Ja. Ich nehm schneller, ich hab eh schon. Okay. Der Zoom von Warnay? Mädels, ja. Da war noch andere Warnay. Ja, bei Junior. Das war einmal. Grauzwerge sind mittlerweile kein Problem mehr. Da werden auch mehr gekrummelt. Oh, Berserker. Oh. Oh, Berserker. Amano. Hat es einen erwischt mit dem Gift? Ne. Ne. Gut. Der hat daneben gemeiert. Das sage ich jetzt nichts zu. Ja, hoffentlich. Schamane? Ja. Oh. Oh, jetzt hat er. Oh. 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 Philipp stinkt. Philipp stinkt. Hab gepupst. Ich hab gepupst. Warum rülpset und furztet euch ihr nicht? Hat es euch nicht geschmacket? Geschmackt. Hat es dir nachgeschmackt? Geschmackt. Geschmackt. Geschmackt ist der Preregel. Kann man hier noch Kiste umstehen mit irgendwas drin? Oh, ja. Holzkode und furteln. Junior und ich sind schon unterwegs. Ah, aber schon gemerkt. Na, du bist Lastentier. Hm. Der Lastenfil. Der Lastenfil. Der Lastenfil. Ich kann man ja belaschen. Eben. Ich bin halt belastbar. Der Lastenesel. So. Alter Scheiß hab ich Zeugs dabei. Ja, ich auch. Ich auch. Ich hab vierzehn Knochen. Vierhundert Knochen. Nein, vierzehn. Du hast vierzehn. Ich hab Höhen. Entschuldigung Junior. Ich mein's nicht böse. Boah, ich kann mir da keine Kiste aufmachen. Los. Yield. Augen. Ich komm nur nicht so ganz klar mit dieser Sortierung hier. Eigentlich ist es ganz einfach. Du musst nur wissen wo die Kisten sind. Richtig. Nein. Die obere Reihe hier. Das kannst du schon mal merken. Die obere Reihe hier ist alles was mit der Jagd zu tun hat. Okay. Und dann kommt unten, wenn du reinkommst links, das ganze Material was man in der Schmiede verarbeitet und so. Und rechts halt das ganze andere Misch und hier auf der Seite ist alles was mit Bauern zu tun hat. Wir haben jetzt 940, äh, Gelb. 940, aber wir haben ja die Rubine. Ja. Ich hab auch noch Kohle. Sag mal, sind die scheiß Knochen? Kann man mal sagen wie immer, äh, wo die... Jagen. Ja. Hier über mir. Alter, du bist, du bist nicht der Junior, wie du erst gemacht hast. Nee. Okay, dann hab ich noch Samen, Pilze, das kommt alles hoch. Brrrr. Fälle hab ich noch. Alter, wir haben fast 40 Trollfälle. Ja. Kannst du hier aufrüsten mit... Dings. Dings. Mit Dings. Bringt mir nochmal jemand Kohle mit? Ah, ich hol's mir selber. So. Ist unten ja noch hinten. Mach ich nämlich... Ah, nein. Noch mehr. So, ich hab noch... Vieles. Vieles. Bums. Rote Samen hab ich noch. Ahja, Samen hab ich auch noch, ja. Rote. So. Dann brauchen wir noch Nixe-Schwänzle. Und Honi. Bären. Bären. Hab ich noch... Äh, ja. What? Ich geh noch kurz meine Pfeile wieder aufrüsten. Ja, Schlafes hat immer noch... Solange du da jetzt noch umkosch, geh ich Pfeil auf. Und dann mach mein Nixe. Na, Mama, Schläfle. Schläf. Da hab ich auch noch keine. So. Ich bin wieder ready. Ready? Rapparieren. Rapp. Rapparieren. 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 Rapp. Rapparieren. Gut, ich wär soweit zum Schlafen. Ist bei euch? Ich komm grad. Ich noch nicht, Moment. Ich muss auch noch schnell reparieren. Ich auch. Was machen wir dann? Wir gehen in den Uraltwald und durchsuchen den Sumpf. Alles klar. Aber, liebe Leute, das seht ihr in der nächsten Folge. Bleibt dran. Lasst ein Like da. Abonniert. Und ihr seht jetzt dann auch hier gleich zwei Playlists. Sie könnt ihr euch gerne mal durchschauen. Einmal Gameplay-Film und einmal Gameplay-Achheben. Und wir wünschen euch viel Spaß. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.